Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Rainbow Six Siege. Wir sind reingejoint in Presidential Plane. Ich zocke heute einfach mal Recruit. Die ganze Zeit über Recruit Troll. Nicht das klassische Recruit Troll, denn ich bin übrigens alleine unterwegs. Aber ich werde halt als Recruit einfach nur scheiße machen, die Leute trollen. Recruit Really? Ja, das geht schon gut los, ne? Hoffentlich werde ich nicht geteam-killed. Okay, der Chat geht schon mal ab. Alles klar, Twitch haben die schon mal. Feiert, ich lade nach. Recruit, ich zeige dir. Ich zeige dir, was? Meinst du vielleicht, ich zeige dir oder was? Ich zeige dir, was ich zeige dir. Hier ist für dich Endstation. Ich lade Munition nach! Ah, scheiße! Lol, auch von nem Recruit gekillt, alter. Das war sowas von null geplant. Ich zeige dir. Degar. Ich habe meine Bombe lokalisiert. Schüsst sie. Der Rook wird jetzt verkacken. Komm doch her! Ich warte! Die Sache endet hier! Ein Operator des eigenen Trupps verbleibt. Und die Gäm ist weg. Ja, easy verkackt. Mission gescheitert. Null Kills, so muss halt sein mit Rekrut. Alles klar Leute, nächste Runde, nächstes Glück mit Rekrut. Diesmal Angreifer. Das wird natürlich auch interessant. Rekrut. Was nehmen wir denn da? Ähm. Wir nehmen einfach mal die Akra 12. Mit Smoke. Und Stunt Grenade. Ihr werdet gleich sehen wieso. So Leute, natürlich erstmal drohnen, ja. Das darf nicht fehlen. Und ich seh's auch schon. Lol, auch alle Rekrut. What the fuck, Alter. Lol. Lol. Digger, really, Alter? Das war so null geplant, dass ich in dieser Runde Rekrut mache. Nur Rekrut, aber... What the fuck, dass das Gegnerteam auch nur Rekruten sind? Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber okay. Okay. Ich spawne mal mit den anderen Leuten. Alter, wir haben Blitz im Team, ernsthaft. Und ich hab den Entschärfer, das wird ja wat. Alter, ich werd, ich werd so geteamkillt, Alter. So. Wat ein kleiner Mixer. Nein! Warum?! Entschärfer wurde zurückgeholt. Die Bombe wurde lokalisiert. Digger, der Termite ist ja am Arsch der Welt, Alter. Wat macht der da? Die sind alle noch draußen. Was den Entschärfer fallen. Schön. Entschärfer ist jetzt gesichert. Mal schauen, welches Level Termite ist. 113, Alter. Geiles Profilbild. Q. Big Boss. Hey. Grüße gehen da nicht raus. Geiles Profilbild. Wie auch immer du bist... Wow! Alter. Wie mies war der denn, Alter. Boah, dieser Drohnen-Sound, Alter. Dieser Drohnen-Sound. Was ist wieder los mit der Ubisoft? Entschärfer muss zurückgeholt werden. Digga, lasst euch immer den Entschärfer fallen, Alter. Level 113, wat, wat, hä? Digga, wie schnell die denn die Claymore, Alter? Da ist... Oh, Leute. Viele entdeckt. Ein Gegner verbleibt. Schön. Lol. Neutralisiert. Eigner Druck erfolgreich. Gewonnen. Läuft. Hätte das gedacht, dass wir eine Runde gewinnen. Ist zwar Runde Nummer 4 immer noch Matchball für die anderen, aber... Wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden. Und, Rekrut. Wen nehmen wir denn? Ich würde... Ja, aber was machen wir? Pumpgun. Pumpgun. Pumpgun ist gut. Pumpgun. Jetzt machen auch ein paar andere Teammitglieder mit Rekrut, aber... Eieiei, die anderen werden gekickt. Komm. Hä? Man kann die nicht mehr kicken? Warum kann man die nicht kicken? Die Bomben sichern. Toll. Achtung. Ein Bombbestandort ist in Gefahr. So. Draht ausgelegt. Erstmal alle Camps zerstören. Es bleiben 10 Sekunden. So. Gut. 5 Sekunden. Redi am Twitch. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Wenn du in dieser Zone bleibst, wirst du von Feinden entdeckt. Du bist aufgeflogen. Dreck. Ich muss kurz nachladen. Wow! Nein! Verkackt! Scheiße. Belastend. Na? Ja! Ja! Digga! Dieser Schrei! Schild errichtet. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Letzter verbleibende Operator. planting die gegner haben einen entschärfer neben einer bombe platziert zerstört ihn ja okay der rekrut ging mächtig nach hinten los null kills dreimal gestorben noch nicht mal sie 500 punkte erreicht als das belastend aber da ja ich hoffe euch hat dieses kurze video gefallen wenn ja lasst du gerne ein abo und ein like da schaut gerne vom discord vorbei link ist in der videobeschreibung und ich würde sagen wir sehen uns bei einer weiteren folge bis dahin tschau tschau